Lampo und das verrückte Rennen Ich hab die Trommeln kaum gehört. Du kannst mir reinhauen, Pilu. Muss das sein, Lampo? Ich bin so müde. Gib noch einmal alles und dann machen wir eine Nudelpause in Ordnung. Nudelpause? Bitte, bitte, Pilu. Ich versuche es. Lauter, Pilu, zahl, was du drauf hast. Komm schon, gib mir Gas. Wow, okay, das war jetzt etwas zu heftig. Was war das denn? Keine Ahnung, Milady, ich war das nicht. Meine Schnurrhaare verraten uns, die Antwort auf das Rätsel finden wir draußen vor dem Clubhaus. Sie weisen uns den Weg. Mir nach, Buffy Cats. Lasst uns herausfinden, wer diesen Krach macht. Was für ein Motor. Hört ihr, wie er klingt? Das ist eine wunderbare Melodie. Er macht einfach nur Lärm. Und er stinkt. Mach ihn aus, Boss. Hat irgendwer was gesagt? Ich kann niemanden mehr sehen. Ich sehe nämlich gar nichts vor lauter Abgasen. Du gehst allen, die hier wohnen, auf die Nerven. Musst du ständig die Straße hoch und runter düsen? Muss ich, denn ich trainiere für das Miau-Miau-Wettrennen. Äh, ich bin schwer beschäftigt, also bitte, mach Platz für Boss. Das ist nicht deine Straße. Ist es wohl. Und ich werde dieses Wettrennen auch gewinnen. Und wenn dir das nicht gefällt, dann versuch mich doch zu besiegen. Melde dich an, gewinne das Rennen und ich höre auf, hier rumzufahren. Weißt du was? Ist abgemacht. Miau. Wir treffen uns beim Rennen. Dann werden wir ja sehen, wer von uns beiden der Schnellste ist. Wieso willst du dir ein Wettrennen mit Boss liefern? Damit hier in der Straße wieder Ruhe einkehrt, Milady. Es ist nur ein Wettrennen. Das ist mal wieder typisch, Lampo. Wo liegt das Problem, Milady? Du kannst nicht Motorrad fahren. Dann lerne ich's halt. Ja, aber du hast etwas Wichtiges vergessen. Und was bitte? Du hast überhaupt kein Motorrad. Dann baue ich mir eben eins. Betty, hör auf damit rumzuspielen. Wie schraube ich mir mein eigenes Motorrad zusammen? Ach, und das soll funktionieren? Vertrau mir, Milady. Was ist hiermit? Das Teil ist übrig. Ach, das ist unwichtig. Weg mit diesem nutzlosen Metallding. Fertig. Seht ihr? Ein echtes Motorrad. Und es gehört mir. Oha! Das ist nicht witzig. Der Motor ist unfassbar stark. Und es raucht und stinkt nicht so, wie das Motorrad von Boss. Aber wo landen dann die ganzen Abgase? Keine Ahnung. Betty! Ich glaub, ich weiß wo. Buffy Cats, helft mir! Holt mich hier runter! Pflaster! 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 Oh! Es regnet Ersatzteile. Die kann ich in meiner Werkstatt gebrauchen. Vorsicht da unten! Ich glaube, das ist das erste fliegende Motorrad, das ich je gesehen habe. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt und jetzt ist es kaputt. Du hast es selbst gebaut? Ja, ich wollte eigentlich beim Miau-Miau-Wettrennen mitmachen und diesen blöden Angeber-Boss besiegen. Das kann ich wohl vergessen. Machst du Witze? Ich bin Magnus, der beste Mechaniker-Kater der ganzen Stadt. Und wenn das dein Traum ist, soll er wahr werden. Und geschafft! Ich habe dran rumgeschraubt und jetzt ist es ein echtes Motorrad. Funktionierende Bremsen, Katzenaugenreflektoren und haltet euch fest, der einzigartige Wundermotor. Ein Wundermotor? Man füttert ihn nicht mit Benzin, sondern mit leckeren Köstlichkeiten. Oh, knusprige Brötchen, dick belegt. Ganz nach Mattis Geschmack. Hey, die sind fürs Motorrad. Wie soll ich dir nur danken, Magnus? Ihr winnt das Rennen? Ich mag solche Angeber wie Boss nicht. Ich streng mich an. Beeil dich. Hörst du das Heulen der Motoren? Der Wettkampf geht gleich los. Schnell, Lampo, zur Rennstrecke. Liebe Katzenfreunde, herzlich willkommen beim Miau-Miau-Wett-Rennen. Alle Teilnehmer warten bereits an der Startlinie. Einen Riesenapplaus für den brillanten Boss, den starken Igor und die bombastischen Bum-Bum-Tänzer. Tja, wer von Ihnen gewinnt das große Rennen? Das werden wir nach zehn Runden wissen. Was rede ich? Möge die beste Katze siegen. Also ich. Ihr könnt immer noch aus dem Rennen aufsteigen, wenn ihr wollt. Bin ich noch rechtzeitig fürs Rennen da? Das ist Lampo, liebe Katzenfreunde. Was für eine Überraschung. Jetzt fahren vier Motorräder das Wettrennen. Aber ich werde als Erster über die Ziellinie fahren. Lista, Kranz, ihr zwei werdet mir dabei. Helfen. Du kannst auf uns zählen, Boss. An die Startlinie. Drei, zwei, eins, los! Lauf! Ja! 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 Die können mich doch nicht einfach überholen. Lass sie an der nächsten Kurve rausfliegen. Wer hätte das gedacht? Ein Ölfilm bringt die Bum-Bum-Tänzer von der Bern ab. Oh! 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 Komm dir nicht zu nah! Ich brauche meinen Platz! Oh! 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 Wer will manufacturing raus aus dem Rennen? Das bin selbst Goku aus dem Rennen. Sogo es nenne ich pech! Nein! Boss ist unfair! Aber mich kriegt er nicht! Oh! три want ! Oh! Soll das devrait sein oder was? Haha, jetzt ist er erst mal abgelenkt. Blisterkratz, haltet ihn auf. Wo kommen die Reifen her? Weg mit euch, damit sich niemand verletzt. Miau! Er hat schon wieder geschafft. Aber er hat keine Chance gegen den hier. Oh, das ist voll unfair. Weiter so, Lampo! Ha, jetzt sind nur noch wir zwei übrig, Boss. Miau! Was ist das denn? Lampos Motorrad hat technische Probleme. Wird Boss das Rennen gewinnen? Hat der Wundermutter vielleicht Hunger? Ja, so ein Rennen ist einstrengend. Milo, Matti, besorgt etwas zu essen. Schnell! Ich schätze, ich weiß, was wir brauchen. Entschuldigung, Katzenfreunde. Schenkt ihr mir alle eure Süßigkeiten? Ihr würdet mir sehr helfen. Bitte. Sieht mal, was ich habe. Ganz viel Zuckerwatte. Gut gemacht, aber das reicht nicht. Das Motorrad hat noch mehr Hunger. Oma Pinas Nudeln verleihen Lampos Flitzer Superkräfte. Diese Nudeln sind einfach zum Anbeißen. Die duften so lecker. Ich darf sie nicht riechen. Die sind zu Miam Miam. Ich darf sie nicht riechen. Der Wundermutter bekommt sein lecker Mittagessen. Was treffst du da, Lampo? Wir treffen uns an der Ziellinie, aber lass mich nicht zu lange warten. Wir brauchen etwas anderes, sowas wie... Eine schöne Schüssel Nudeln. Dampfend heiß und frisch gekocht von unserer Oma Pina. Du hast es tatsächlich geschafft, sie nicht selbst zu essen? Du bist ein Held, Matti. Ein hungriger Held. Lampo ist wieder im Rennen und er holt auf mit jeder Runde, die er fährt. Unglaublich! Letzte Runde. Lampo überholt, Boss. Hey, das gibt's doch gar nicht. Und gewinnt das Miam Miam-Betrennen. Das ist unfair, das geht nicht. Ich wollte doch gewinnen. Immer schön gucken, wo du hinfährst. Das nächste Mal gehört der Pokal mir. Boss gibt wohl nie auf. Noch nicht einmal auf einem Dreirad. Ja, aber ich denke mal, er hält sich ein Weilchen von Motorrädern fern. Tendlich. 9to rappelungen. Es hat nicht einmal auf! Ab oder bist du mit!